Hallo, es geht um eine weitere Eigenschaft des Gruppenhomomorphismus und wir untersuchen den Homomorphismus einer Konjugation. Gut, also gegeben sei wieder ein Homomorphismus F zwischen G und H. Und G, X und Y sollen Elemente von G sein. Gut, ich gehe davon aus, dass ihr schon wisst, was eine Konjugation ist. Deshalb wiederhole ich das nur ganz kurz. Also X und Y sind konjugiert zueinander, wenn sie diese Gleichung hier erfüllen. Da wird also X von links mit G verknüpft und von rechts mit den Inversen von G. Und wenn die rechte Seite dann gleich der linken Seite ist, dann sagt man X ist konjugiert zu Y. Ja, der Hintergrund ist, wenn X konjugiert zu Y ist, dann haben X und Y die gleiche Ordnung. Ja, aber das spielt hier für uns keine Rolle. Wir betrachten diesen Ausdruck jetzt rein formal. Gut, dann wenden wir jetzt auf beiden Seiten den Homomorphismus an und gucken mal, was der Homomorphismus mit der Konjugation macht. Ja, also ich wende auf die linke Seite den Homomorphismus F an und das gleiche auf der rechten Seite. Auch auf die rechte Seite wende ich den Homomorphismus F an. Ja, und dann erhalte ich hier diese Gleichung. Ja, im nächsten Schritt erinnern wir uns daran, dass man bei einem Homomorphismus jeden Term einzeln abbilden kann. Ja, also anstatt G verknüpft mit X verknüpft mit G hoch minus 1 abzubilden, kann ich auch jeden der drei Terme einzeln abbilden. Allerdings muss ich, weil ich ja jetzt auf der Bildseite bin, dieses Sternchen als Verknüpfung nehmen. Ja, auf der Bildseite, das sieht man ja hier, auf der Bildseite, da lautet die Verknüpfung Sternchen, nicht mehr Kreis. Ja, und jetzt wenden wir diese Formel hier an, die haben wir ja schon in einem anderen Video bewiesen und die sagt, dass die Reihenfolge gleichgültig ist, wenn ich das Inverse bilde und den Homomorphismus anwende. Ja, ich kann das nämlich auch in der umgekehrten Reihenfolge machen. Ich kann erst den Homomorphismus anwenden und danach das Inverse bilden. Ja, gut, und diese Formel, wenn wir hier auf diesen Term an, da wird ja erst mal das Inverse gebildet und dann der Homomorphismus angewendet. Ja, und stattdessen kann man auch erst den Homomorphismus anwenden, den Homomorphismus f, und danach das Inverse bilden. Ja, und dann erhalten wir eben diese Formel hier. Ja, und was sagt jetzt diese Formel? Also, wir hatten ja hier oben eine Konjugation und haben auf die Konjugation einen Homomorphismus angewendet und das Ergebnis ist eine neue Konjugation. Ja, allerdings jetzt nicht mehr zwischen x und y, sondern zwischen f von x und f von y. Ja, und außerdem habe ich hier nicht mehr g, das habe ich ja hier und hier, g und g hoch minus 1, sondern ich habe jetzt f von g und f von g hoch minus 1. Ja, das ist der Unterschied, aber man kann sagen, eine Konjugation wird durch einen Homomorphismus auf einer Konjugation abgebildet. Ja, das Ganze habe ich hier nochmal in ein Bild dargestellt. Also, eine Konjugation wird durch den Homomorphismus f auf einer anderen Konjugation abgebildet. Gut, wir sind am Ende und wie gesagt, es ist nicht schlimm, falls ihr noch nicht wisst, was eine Konjugation ist. Das lernt ihr ja dann in anderen Videos. Hier ging es nur darum, dass ihr erkennt, wenn ich eine Konjugation habe und ich wende einen Homomorphismus darauf an, dann erhalte ich eine neue Konjugation. Die Konjugation auf der Bildseite. Ja, das war es für heute. Auf Wiedersehen.